Servus, gut, sind wir nur den Kasten, wir sind wieder in der Folge von Rosenkreuz, die Lendenfreude in Stachel und ich sag's mal so, äh, normal ist es so, dass ich, wenn ich irren VGM-Over gehe, die Aufnahme-Session erneut starte. Also, in dieser Höllen-Stage, der Iris-Separin-Stage, werde ich tatsächlich einmal nicht schneiden, wenn ich Game-Over gehe, sondern ich werde diesmal bis zu drei Game-Overs drinnen lassen. Ist das nicht toll? Ach ja, äh, das habe ich übrigens schon seit Anfang der Recording-Session gemacht, äh, für diese Stage und ich muss gestehen, ich habe bereits siebenmal die Aufnahme neu gelöscht, okay? Diese Stage ist eine Hölle! Vor allem, das sind ja doch die leichten Puzzle hier. Die schweren kommen ja erst in den nächsten Raum. Nämlich hier! Nicht zögern! Okay, ich sehe schon, das war ein bisschen zu früh. Alter, diese Stage ist der Horror! Und ich dachte, ich habe hier in diesem Spiel keine Instant-Death-Spikes, beziehungsweise keine, keine Quick-Man-Beams. Ich irrte! Ich hasse es, mich zu irren, das wisst ihr mittlerweile auch schon. Das ist zu früh! Ich brauche das richtige Timing gerade noch, um hier irgendwie durchzukommen. Alter, ich hasse diese Stage. Verdammt, da habe ich das sogar geschafft. Ich glaube es ja wohl nicht. Game over! Ich mag das nicht. Ich mag diese Stage nicht. Ich mag diese Stage auf den Tod nicht. Obwohl, wenn ich mir erstmal berücksichtige, solange wie ich hier rumsitze, für eine Aufnahme, beziehungsweise für einen Fail. Die Stage ist eigentlich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, schweinlich kurz. Kein Wunder. Den da oben? Ich habe keine Ahnung, wie ich den kaputt kriege. Bin ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich würde es gerne wissen, aber ich weiß nicht wie. Sicher ist sicher. Ey, so weit bin ich ja mit der Musik noch gar nicht gekommen. Wow. Die hört sich ja gar nicht mal so schlecht an. Yes! Nein! Ja, ihr seht richtig. Nein! So weit war ich noch nie gekommen. Ich sehe es schon. Komm, dieser Stage wird mein Nemesis Stage sein. Kopf. Yes. Alter. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Mit zwei Läden. Und nur einen V-Tank? Egal. Mal gucken, wer erwartet uns denn hier? Castlevania! Mega-Medics! Autsch. Unfällig gegenüber den Kopiekreise. Das war jetzt sowas von nicht beabsichtigt. Das war jetzt. 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 Wasst drin? mesffflot? Ja. Entsp Seriously?